Untertitelung des ZDF, 2020 Anna, ich möchte einen Hund haben. Was? Nein. Dein Hund ist die Geige. Jonas, komm doch mal her. Willst du Alexander nicht mal begleiten? Jonas, konzentrier dich bitte. Komm, nochmal. Spiel in Ruhe. Bitte nimm die Geige und spiel weiter. Ich lasse mich in Ruhe, ich spiel nicht mehr! Anna, ich seh, du hast eine Frage. Du wirst nicht wissen, was du machst, Jonas. Ich arbeite nicht so sehr. Du bist spät dran. Ich hab den Bus verpasst. Im Konzert wartet auch niemand auf dich. Nochmal. Nein. Nein. Was, Sie finden, dass er zu wenig übt? Weil es sind mittlerweile wirklich vier Stunden am Tag. Ein bisschen schneller. Du schläfst die Töne. Le violon, Anna, c'est juste une infime partie de la vie. Ich denke, beim Spielen die ganze Zeit, ich schaff's. Er ist unter dem Arm. Ein bisschen schneller. Weiter. Lass lockern. Er ist unter dem Arm. Was, Sie waren eine опасante. Oh, ich bin jetzt mal. Er ist unter dem Arm. Er ist unter там. Vielen Dank.